Ich glaube, die ist auch 12 oder 13. Ich weiß es halt nicht. Gute Nacht, meine Kleine. Born of the Wolf. Wie deckt sich nicht mal zu? Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Ah, verdammt. Die habe ich total vergessen. Du bist noch kein Fossil, Papa. Alles gut. Okay, das ist cool. Die läuft ungefähr so wie ich morgens. Wie so ein halber Zombie. Man spielt ein zwölfjähriges Mädchen, das anscheinend mit Drogen dealt. Ja, moin. Kann man mal machen, ne? Hallo? Jetzt erwischt sie den Papa beim Kacken. Was mit? Spikes at a real hospital. Irgendeine Infektion ist am Laufen. Ich habe im Hintergrund gerade mal schnell gelesen. Papa guckt sich jetzt nicht. Läuft außerdem wie ein Zombie. Ja gut, ne? Bist du hier? So laufe ich morgens auch. Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und... Was ist in der Nähe? Spätestens jetzt ist sie wach. Boah, das ist ein Schatten. Schon hätte ich, ich habe schon gedacht. Sein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Dann auf dem Weg. Hundi. Wo ist der Hundi? Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Zyren fahren. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Das stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jim, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jim, bleib doch. Ich warne dich. Nein. Geh. Geh. Komm her. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Hey. Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da ne Ahnung. Komm, scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ich mein, ich lasse uns einfach raus. Scheiben sie so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Wir sind einfach mal die Tür oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir hier besser? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Danke. Es gibt 3D-Sound. Fällt mir ganz gut, wenn ich... Hier hab ich jetzt nur auf dem rechten Ohr. Hier hab ich jetzt auf dem linken Ohr. Hier hab ich jetzt auf dem linken Ohr. Da kommst du an Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Selbst fahren zu dürfen, wär jetzt schon mies nice. Ja, aber man weiß ja nicht, wo man lang muss. War das gemein. Aber voll gemein. Und je nachdem, wie lang du auf Kau bist, aber ja, 9 Uhr sollte passen. Ich bin erst mal auf Kau weg. Hoffen natürlich. Kommen wir natürlich später wieder dazu, wenn du noch streamst. Ja, ist okay. Ach was, wer muss Wege kennen, weil man weiß, wie man fährt. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Dreh hier, dreh hier. Dreh hier, dreh hier. Wo verrennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Versanden. Fahr. Ich habe Sprünmilke auf meinen Sitzkissen geballert. Hey. Hey. Da, da, da! Ja, da, da! Ja, da, da! Ja, da, da, da. Das ist okay, Glaube. Ja, da, da! Max! Ja, da! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die an. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Schlimm. Wir müssen jetzt trennen. Warte! Komm, Schöpfe. Halt dich fest! Okay. Oh, Schöpfe. Betty. Wer ist da? Ich bin der Mann. Mach die Augen zu, Kleines. Lauf weiter! Wären wir natürlich gezwungen, in diese Richtung zu gehen. Nicht hinsinn, Sarah. Lauf, Bennet. Lauf! Lass rein! Zieh einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Sprung. Oh, schöpfe. Oh, schöpfe. Oh, schöpfe. Fuck! Ich bin die Papine. Fuck! Hier lang. Er ist die Kasse. Oh, mein Gott. Ich bin die Kasse. Los! Wir sind fast da, wir sind fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun. Lauf, Leute, macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Tum. Bewegung. Los zum Highway, los, du hast Sarah, ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Wir sind fast da. Sie kommen hier. Ben? Nicht zurückgucken. Nicht zurückgucken. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Sonst da stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, das ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh, nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte! Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Über wieowers. Kleines, du mehr das nicht. Du kannst mir das nicht verkaufen. Nein! Nein! Oh, Gott. Bitte nicht! 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 Nein! Nein! Schon Pokenaden,응! Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgehoben. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Karaktere... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Inrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Du kannst nur mit uns aufsteigen. Und du, wo du noch zu fliegen bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Joa, scheint wohl eine Apokalypse zu sein. Die Sarah, die wir eben gesteuert haben, ist gestorben. Und das waren wahrscheinlich ein paar Erinnerungen. 20 Jahre später. Wir sind inzwischen ein alter Mann. Ich komme. Was? So knabbern. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein. Für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? Westend-Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe. Weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... Keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robber. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen. Mist, Kerl. Er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Er hat also unsere... Kollegin eingeschissen. Klar, dass Juna auf gar gegangen ist. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Willst du mal was gucken? Gibt es irgendwelche Optionen hier? Angestrebte 60 FPS. Auflösung. 80p. Super Sampling. Schatten normal. Hohe Qualität. Bildfrequenz. Stabile 60 FPS. 1080p. Na gut, Playstation Pro. Ich meine, kann ich beides wählen? Ich habe eine PS5. Nein, komm schon. Achtung. Alle Einwohner müssen schließen in der Lage zu leiten. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leiten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Auf den Boden. Okay, okay, scheiße. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ende, Opa, das noch mal. Achtung. So, wir müssen wohl der Tussi hier folgen. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich irgendwie... Ja, super. Bleib einfach kurz. Okay. Okay. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuch einen Freund. In Ordnung. Gehen weiter. Danke. Also, es gibt eine Terror- oder eine Resistenzorganisation. Die Stress macht. Soviel zum einfachen Weg. Verarzt dich, okay? Okay. Also ein Tutorial. Verstehe. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht es am Osttunnel aus? Er ist frei. Sag mal, will der mir einen Kuss geben, oder was? Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Wir müssen jetzt die Tür rein. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Ja, keine Ahnung. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Kann ich nicht schneller rennen? Nee, ne? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braucht sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Oh. Ist natürlich nicht, ähm. Ja, aber ein bisschen auffällig ist es schon, wenn man genau hinguckt. Seid vorsichtig da draußen. Wer macht das Ding wieder zu, wenn wir nicht wiederkommen? Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Das werde nicht. Sprach der Herr. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut ziehen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Und wie? Achso. Bereit? Ja, Mann. Na los. Geh weiter. Okay. Kann ich hier irgendwas looten? Soll ich der Tussi jetzt erstmal folgen? Ich hab keine Ahnung, wie sie heißt. Aha. Wo ist die Leiter? Sie muss ja hier irgendwo sein. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ja. 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 Was zum... Oh, ganz schön. Wollen wir der Dame mal folgen? Ich bin mal gespannt. Jetzt hier runter. Ich bin mal gespannt. Ob Mabbert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte. Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Also, hier gibt's also Sporen sozusagen. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Ach, bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Hütz. Ich hab viel zu viel Munition verschwendet für den. Ich hab halt kein Questmager. Ich weiß halt nicht. Ja, Spiel. Hallo. Heute hab ich echt nur Probleme, oder? Das ist unglaublich. Hallo. Ja. Ciao. Fine. Untertitelung des ZDF, 2020 Um, die CD zerkratzt. Sollte eigentlich nicht. Wenn ich das Intro jetzt nochmal neu machen muss, dann bin ich echt sauer. Na, immerhin. Und wieder. Warte mal. Nenne ich mal kurz die Aufnahme. Warte mal.